Hallo und herzlich willkommen bei Red Dot Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Stage of Survivor. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon. Ist gar kein Sound da. Doch. Gut. Dann hauen wir mal rein. Erstmal die Zombies besiegen. Wenn man lange nicht gespielt hat, wird die Stadt aber von Zombies überfallen. Da ist eigentlich so der Hintergrund dabei, dass du dann keine Ressourcen in dem Zeitraum mehr weiter produzieren kannst. Okay. Ich wurde hier ein paar mal angegriffen, so wie es aussieht. Boah, das soll bis ich das heil kriege. Labor macht nichts. Untätig. Okay, das Bauen ist auch untätig. Das wird jetzt gemacht. Oh. Die habe ich doch schon. Hä? Hä? Na egal. Mach ich halt zwei davon hin. Okay, der ist pink und der ist lila. Hä? Hä? Aber drin ist genau das gleiche. Upgrading. Okay. Okay. Komisch, komisch. Ich gehe mal in einen anderen rein. Ah. Ich glaube, das gleiche. Aber ich kann ja... Doch. Ich würde gerade sagen, kann ich es mal anklicken, ne? Hm. Ähm. 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 Naja. Egal. Prüfen. Ah. Kann man sich ein Video anschauen. Ähm. Ähm. Desaster. Und der jettische Sch-Saster. Na gut. Upgraden. 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 Und das die einzigsten, die ich verbessern kann? Jawohl. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Zwei Stunden dauert das, die Leute zu verbessern. Ach. Der Stüpfel geht einfach nicht weg. Das ist sowas von ätzend. Und... Öhm. 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 Okay. Dann haben wir hier... Erstmal mal gleich. Erstmal mal before. eine stunde 40 minuten da oben da sind wir auch wieder jetzt ist der Sound nicht da na gut habe ich da was mit Sound geändert na gut dann spielen wir halt jetzt gerade ohne Sound und dann muss ich anscheinend ein bisschen singen nein, Scherz, das möchte ich euch nicht antun der Weiterswurm steht in der Ecke gut ha, kein Sound da das gibt's doch nicht Mensch ich hatte doch mal hier ein paar Sachen freigespielt was sind die hin hm, nicht mehr da wow, man top 100 ne, bin ich nicht aber ich glaube, bin ich wohl ja, spielen ja schon viele Leute eigentlich obwohl ich ja solche Spiele nicht so gern mag ne das ist nicht so mein Genre was ich gerne spiel und da nicht drauf drücken das ist böse äh, das ist auch böse da bin ich gerade ich hab's ja gerade nochmal hochgeladen weil der mir hier abgestützt ist äh, dann bin ich hier raufgegangen das ist ja das gleiche Symbol Trottel geht trotzdem drauf und wieder abgestützt das hängt da ne nix gut und die Erkältung wird auch nicht weggehen Mensch, jetzt hab ich die Erkältung schon über drei Wochen obwohl, ne am Samstag wären es genau drei Wochen bevor hatte ich zwei Teile Kopfschmerzen und dann also bevor ich Corona hatte ja zwei Teile Kopfschmerzen gehabt und dann fing nach den zwei Tagen die Erkältung an also da habe ich die Erkältung und die geht einfach nicht weg wunderhartnäckige Erkältung habe ich noch nie gehabt also es ist äh mir geht's gut ich habe irgendwie keine Belastung wegen Corona sag ich jetzt mal aber auf der Arbeit ist das voll scheiße weil meine Arbeit ist meine Arbeit ist ja nicht gerade so sauber und ich mir alle paar Minuten in die Nase putzen muss und dann meine Rotze an den Händen ist sag ich jetzt mal weil auch immer ist das Taschentuch ja auch durch und ich kann da nicht äh 20.000 Pakete mit mir rumschleppen das ist dann richtig nervig da kann man gleich das machen wir gleich machen wir erstmal hier weiter da 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 ist etwas oh oh ich habe hier was gekriegt nein ich kriege das wenn ich das bezahle mit 10.000 ich habe 290 ganz knapp und das könnte ich kriegen ach das sieht so ein bisschen und das könnte ich kriegen immer während des Feuers oh ja das will ich nicht was sieht ja auch cool aus Eiswagen Ice Cream Ice Cream erinnert mich an das Spiel von damals einsamen 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 was ist dahinter da ist ein Hund oh biocaps Nummer eins und hier und hier nehmen wir das ab dann haben wir wir waren hier auf den Hund hier noch was ja noch ein roter Punkt wo ein bisschen nichts zum abbrüllen Schweinerei und hier das süße Tomat hier ist auch nichts im Abbrüllen Bauplatz eine Nachricht das ist bestimmt meine Frau ok haben wir alles und obwohl meine Frau schreibt immer zwei Nachrichten hintereinander dann ist wahrscheinlich mein Arbeitskolleg der vorhin gefragt hat wie es mir denn eigentlich jetzt geht oder mein Kumpel mein Freund ok ich würde mal schauen dass wir das hier hinten machen werden da quietscht was draußen zack Angriff und los geht es die erste Herausforderung am Laufen Automatik mach mal natürlich an damit ich auch so viel machen muss beißt ganz schön warm hier in der Wohnung 27 Grad scheiße nur meine Atempressen eine Minute oder meine kleine Schwester die hat Frau auch mal gerufen oder meine jüngere Schwester obwohl es ist auch kleiner als ich aber das sind beide so kommt so ach so warte genau ich mache es auf einmal jetzt auf dreimal ist ich glaube es ist kaputt die Falle die soll noch losgehen wenn einer drauf steht oder ist das wegen ein kleines Schütchen ok Nummer 1 gebombt zack Intel abholen wir laufen erst das ist der der am weitesten den schaffe ich nicht oder warte mal schauen ich glaube ich brauche da 500 war das 576 am greifen ich habe 400 ne das wird nichts steht schon so lange da ich werde einfach nicht stärker so da ist es auf dem weg hin ach gib aber hier hin ach das ist auch so eine Gruppe dann kann ich nichts mehr machen wenn ich diese mache dann werde ich das hier machen ok oh ich konnte einen auswechseln habe ich gesehen da ist ein anderer stärker geworden genau den kann ich auswechseln mal drei automatisch alles schön oh der Sound ist das ein bisschen doof wirklich warum macht er sowas wir machen was alles Da sind sie noch auf dem Weg hin. Dann holen wir mal die Leute ab. Zweimal Pickup hintereinander. Bis die jetzt raus sind. Und bin ich hier fertig. Genau. Jetzt haben wir hier auch einen Kampf. Kampf und Kampf und hier. Die sind eigentlich immer sehr wichtig. Weil da kriegst du immer so ein Gegenstand, womit du dann Sachen erfüllen kannst. 595 und von den Gegenständen meine ich Christe dann Leute. Zum Beispiel damals, das hört sich schon zu lange an. Aber letztes Jahr war ja... War es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr war das. Ne. Muss vorletztes Jahr gewesen sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Letztes oder vorletztes Jahr war ja Stage of Survivors mit Walking Dead zusammen. Und da war ich ja kurz sofort Daryl zu haben. Aber mir fehlte ein Gegenstand, um den zu finden. Und ich habe das halt immer nur gespielt, wenn so wie jetzt sind. Und dadurch habe ich es nicht geschafft. Leider. 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 Aber der steht ja glaube ich immer noch in der Liste drin. Ich glaube den kann man noch frei spielen. Nur solche Angriffe. Wirklich. Das ist... Auch hier. Das ist... retten, ne? retten! Tuck Brutus, Logos. Trotas. 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 Das ist noch zwei Minuten auf dem Weg. Das dauert so weh. Ich meine, da gab es auch ein Buff, wo sie mit schnell unterwegs sind. Da. Den Brief. Ich leise den Tuck. Dankesbrief, habe ich erhalten. Es gibt so Leute, die machen, äh, die machen, die spielen solche Spiele richtig häufig, sehr viel. Ich weiß nicht warum. Also bei Days of Survivors ist es ja so, ich finde das eigentlich mit einer der besten, sag ich jetzt mal, von diesen Strategiespiele. Wie gesagt, das heißt, es ist ja ein Strategiespiel. Ich weiß zwar nicht genau, wo das Strategie ist, das heißt ja immer nur aufbauen und weil die größte Armee hat gewinnt. Weil die besten Buffs. Weil ich habe ja sehr lange Stellar Age gespielt. Das ist ja auch sowas wie das hier. Da baust du auf, bist halt im Weltraum, musst von deiner Basis zu anderen Basen fliegen, musst Weltraumpirate bekämpfen, und so weiter und so fort. Und da war ich richtig gut gewesen. Und dann kam da einer an, der hat eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie stark meine Armee war, ich glaube das war irgendwas mit fünf Millionen oder sowas. Dann kam einer an, der hat mich kaputt gemacht, der hatte zwei Millionen Armee, aber der hatte nur solche Buffs gehabt. Und dadurch war er bei sechs Millionen gewesen. Und der hat mich komplett zerstört. Also der hat mich immer angegriffen, wo ich offline war. Und dann kam ich wieder, meine ganze Armee zerstört, meine ganzen Ressourcen waren angeklaut. Und da habe ich halt, nee, kein Bock mehr. Also ich wurde schon ein paar Mal vorher angegriffen, haben mich auch komplett kaputt gemacht. Aber bei mir war das da halt der Punkt gewesen. Der Gegner, der war halt schwächer als ich und hat halt nur gewonnen, weil er diese scheiß Buffs hatte. Und wenn man dann nicht zu dem Zeitpunkt okay, ich habe eine Nachricht gekriegt, dass mein Schild abgelaufen ist. Da gibt es immer so Schilder, kannst du Schilder kaufen. Und wollte ich ihn angreifen. Und habe ich mir gedacht, ach komm, ich bin so stark, mich wenn schon keiner angreift. Ich war auch in der Diamantenliga gewesen, weil ich halt über 5 Millionen das ist so, wie heißt das, die Ligen sind nach bestimmten Kampfstärken einsortiert, ja. wenn du eine Stärke von so und so viel hast, bist du in dieser Liga drin. Und ich war zwar nicht der beste Diamantenligaspieler, aber ich weiß, dass die oben in der Diamantenliga nicht immer alle Leute angreifen. Keine Ahnung warum, aber machen das halt nicht. Machen zwar auch manche, aber nicht so viel. Die in den Ligen da drunter sind, die greifen meistens mal an. Ich steh mal bei die hoch wohin. Auf jeden Fall, ja, der war in der Liga drunter gewesen und hat halt nur gewonnen, weil er diesen scheiß Buffs hatte. Bis war ich das auch aufgehört. Boah, wie oft war ich da angegriffen, seit ich nicht seit das letzte Mal Februar. Da kann wir ja gucken, weil ich das letzte Mal online war. Ungefähr. Februar am 7. Februar okay ungefähr keiner fehlt noch. Habe ich noch mal vergessen. ein Gubbel und ein Gubbel ist schon eine lange Zeit. Alles ein Gubbel 21. Februar April ist das. Ja, Mai, 27. April, und da war ungefähr mein letzter Aufenthaltspunkt. Und was kriege ich da jetzt, wieder so ein Dankesbrief, so, ein Bericht, Eventbericht, und hier ist noch einer, den will ich mir jetzt abholen. Kann man den nach oben schicken, kann man auch schon mal los, kann man so nix anderes machen. Marschieren, ey, hab ich den unten noch nicht hingeschickt. Oh, ich hab den unten nicht hingeschickt, jetzt hab ich keine Leute mehr, nein, ich brauch Leute. Ach, was mach ich denn da? Warte, die sind doch wieder gesund, oder? Nein, noch elf Sekunden. Dann hab ich wieder ne kleine Armee. Dann schick ich die kleine Armee da runter. Oh, doch, das ist ein Traum. Da, 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 ich krieg wieder... Oh, oh, ich hab den... Ja, ich würd grad da wieder drauf drücken. Ne, nicht, nicht der, das darfst du nicht. Gut. 373%. Hä? Okay, dann haben wir... Oh, nice. Ich glaub, das war fünfmal. Den hier aufsuchen, dann hab ich eine Quest fertig. Ihhh. Genau in der falschen Richtung, ja, wenn ich so drehe, dann seht ihr mich weiter nach... Da, da ist der Spiegel verkehrt. Ach, ehrlich. Immer das gleiche mit mir. Und jetzt aber. Ja, immer noch, jetzt aber. Jawoll. Den hinteren werde ich nicht bekommen. Und das kann ich euch jetzt schon mal sagen, weil da müsste ich ein bisschen länger spielen. Aber ich denke, ich bin jetzt auch... Ich möchte aber erst so das eine haben hier. Warte mal. Ähm. Gehen wir zurück. Da, den hat nicht noch. Da. Gehen wir hin. Ich hab hier jetzt ein paar Einheiten, die ich grad vom... ...sani-Raum wieder gekriegt habe. Uff. Geht's um sich. Das ist ein bisschen schwach. Ich hab hier. 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 Ja. Oh, wo war das mit der Spende. 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 Ich hab hier. Ich hab hier. Ich hab hier. keine ressourcen mehr. Nein. Das kann doch nicht sein. Äh. nicht spenden. Weil ich brauch da Öl. Ich bin doch noch nicht so stark, dass ich Öl mach. Ach nein. Das ist doch nicht. Ich bin doch nicht bei Öl angekommen. Da. Da fehlt das für Öl. Nahrung, Stahl und Holz. Das ist... Ach nein. Verbessern. Verbessern. 20 Sekunden? Einmal die warten wir noch. Dann will ich gleich den hier den Raja. Aufwarten. Die werden dann alles zu Splasher. Nein. Die werden zu... Ach. Cool. Ich hab schon hier Sachen die ich noch gar nicht benutzen kann. Ach ja. Die werden auf jeden Fall alles zu Splasher. Wie? 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 Nein! Nein! Jetzt habe ich trainiert. Ich wollte doch verbessern. Habe ich da nicht drauf gedrückt? Ich meine, ich hätte da drauf gedrückt. Also die Gilde bringt mir nichts mehr. Ich kann hier keine Spende mehr machen. Training. Ach, siehste. Ich habe ausgebildet. Nicht verbessert, sondern ausgebildet. So, jetzt aber. Oh, oben sind sie fertig. Also mein Stoff drückblick. Ist schon mal sehr gut. Aber ich wollte das hier jetzt noch... Ich wollte noch wissen, was da... Ach, die sind schon jetzt zu Hause. Vielleicht sind noch 11.000 stark. Dann machen wir hier. Egal. Raidons. Scherfschütze. Das brauchen wir alles nicht hier. Wollen wir mal so hier, ne? Die noch... Okay. Ach, tausend davon bleiben da. Ich nehme die Schwächsten nur mit. Oh. Nur die Schwächsten geht nicht ganz. Da muss ich ein bisschen mit dabei helfen. Komm mal. Aber wir machen es auf 30.000. Okay? Okay. Äh. Die Anzahl der Fahrer ist nicht. Waschieren. Hey, du sind nicht da nicht. So, guck mal. Jetzt nehmen wir hier auch noch. Wupp. 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 Das ist... Egal. Maschine auch. So, mehr Truppen kann ich nicht losschicken. Ich kann nur 2. Und die haben gewonnen. Jawoll. Sieg. So, mehr Truppen kann ich nicht losschicken. Jetzt das nächste. maxims einladen gut und diese auch schon da jetzt schauen wir dann nochmal klar da könnte sich hier warte wissen und laufende aber bestockt kurz oben das müsste reichen darf ich noch drei Nachrichten, der habe ich ausgekundschaftet ok da muss ich noch fünf Stück, ich jetzt noch drei Stück machen also das ist der zweite ta 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 ok und der nächste und der nächste und verlaufe dich nicht und wo bist du jetzt im see wieder im wald auch von der seite also nicht durch im wald das war das alles hier steht immer allianz das kann ich doch gar nicht machen ich habe kein öl soweit bin ich noch nicht wann kriege ich denn endlich öl leidigung das muss ich auch noch benutzen das glaube ich auch ein ich meine das wäre auch ein 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 dingsbums hoch lebe die erkältung halbe stunde gut hier heilen ich habe nur noch eins da dass diese forschung nicht machen kann weil ich noch nicht so weit bin gut haben wir das alles löschen jawohl hier alles löschen jawohl die forschung ist auch fertig alles löschen jawohl und alles löschen jawohl der letzte punkt da würde ich probleme haben das würde ein bisschen länger dauern ich kann nur eine herausforderung machen das sind 20 punkte dann wäre ich bei 290 eine seuchenzone da könnte ich ein dinges machen dann wäre ich bei 300 doch das schaffe ich locker hey leute wenn man das wir machen die seuchenzone 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 suchen das level ist mir egal weil ich greife nicht direkt die seuchenzone an ich greife nicht hier an so hehehehe zack einmal die seuchenzone an greife ganz einfach ganz easy so dann haben wir die seuchenzone an die seuchenzone mission auf dem weg wieder noch da gedreht das ist der reflex ihr wisst was ich meine haben wir noch hier die eine herausforderung zack ich will doch da gar nicht da sieg eine solche zone besiegt das heißt 30 punkte waren das bam bis dahin ungefähr ganz klar ist dick nach links hätte ich gemusst aber es passt schon gefechtsbücher kann ich auch noch benutzen schau mal nee ich glaube die kann ich gar nicht benutzen ich habe ja mal ganz hoch gelevelt hier ist nun so ein roter punkt ich kann hier nichts machen ich glaube warum ist der level 30 ok ich höre ich muss den ja erstmal aufleveln und hier ok dann muss ich einmal in der basis zurück einsammeln einsammeln eine basis zurück eine sekunde nein schon wieder drauf ich bin noch so was von doof ok leute da war es das für heute dann sage ich man dankeschön zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr auch am nächsten Mal wieder dabei seid bis da wünsche ich euch viel spaß und auf Wiedersehen tschütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt